Markus Kauzinski mit einer 1A-Rolle. Dynamo Dresden eher so von der Rolle. So, und das ist ein ganz, ganz schlimmer Fehlpass. Und das ist die erste Möglichkeit. Pilbija und Kutschke und Elfer. Und Rotz. Glatt, Rotz. 1-0 in Ingolstadt. Fünfte Minute. Hey Rostocker, wir haben es langsam kapiert. Ihr meint es ernst diese Saison. 5 zu 1 gegen Köln. Bitte seid nicht ganz so gemein zu euren Gegnern. Normalerweise in der Halbzeit hätte ich locker 7, 8 Leute auswechseln können. Ich darf aber nur 3. Halle zerstört Lübecks Punktehoffnungen mit einem Last-Minute-Tor. Und Antonius Papadopoulos macht noch ein bisschen mehr kaputt. Hier rums, zack, halbiert die Eckfahne, hat es schon gelb und bekommt dafür die gelb-rote Karte. Erste Saison-Pleite für Saarbrücken. Woran hat's hier legen? Mal ist mal der Baum, mal ist mal der Hund. Mehr Baum als Hund war auch der Waldhof. Mega Abwehraktion, aber nutzlos bei solchen Slapstick-Einlagen. Das war Marcel Hofrath, der Unglücksrabe. Ah, ist das bitter! Keine Bäume, sondern eher Kinder gab es auf dem Feld in Meppen zu beobachten. Wenn man versucht, die Leistung von heute mit den letzten beiden Spielen, Bayern und Ingolstadt zu vergleichen, haben wir gespielt wie kleine Kinder. Ein besseres Synonym finde ich jetzt gerade dafür nicht, weil sonst würde ich andere zu nahe treten oder beleidigen. Alle Spiele der dritten Liga live – nur bei Magenta Sport. Das war's 5 beim Nachmittag. Untertitelung des ZDF, 2020